Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair Bewegt dich mal, ne? Du fährst, du fährst doch nicht auch, Alter, meine Lüge schützt... Oh nein! Fuck! Scheiße, ich hätte da so schön was reinwerfen können, ich bin so dumm! Oh man... Die Augen gehen wieder! Null... Aua! Nyaaah! Hahaha Guter Zubild! Oh! Scheiße! So, jetzt kommen ja auch die... Äh, ich hab keine Ahnung wie das funktioniert... Guter Play! Guter Play! Oh Leute! Das schaff ich! Ey! Was ist das denn?! Hahaha Wieso schießt du mein Gesicht nicht? Oh Mann! Ne! Nein! Nein! Oh lol... Oh, das wär so witzig... Ja? Ich musste schnell drücken, weil das schon gepiept hat wieder... Hahaha... 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 Bist du dummer, Anne? Bist du dummer, Anne? Bist du auch schon... Äh... Boah! Hahaha... 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 Wie hab... Hahaha... Wie hab voll da hinten gespielt... Hahaha... Ja, man wird schon irgendwo landen... Ach du Scheiße... Hahaha... Hahaha... RIP... Arne... Blaze... Hahaha... Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das? Nein! Hahaha... 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 Guter Zug... Ja, da weißt du, was ich eben schon wieder gegessen habe... Gut... Fünf Minuten... Ey... Oh, ich weiß gar nicht... Ich hab's nämlich gerade auch gegessen... Was hast du gegessen? Ich weiß das jeden Tag... Ist doch auch... Ist mega lecker... Was denn? Hahaha... Fünf Minuten... Was ist das denn? Was ist denn... Fünf Minuten? Nein... Ah... Was soll das sein? Fünf Minuten, Mann! Guck mal bei NUTO! Was ist denn das? Ähm, den Gipsch bei Schlecker... Ja... Was ist... Hahaha... Du fette Sau, Mann! Ah... Huuh... Ha... Hahaha... Hahaha... ministre... Jaaaai... Sehr gut Arne... Sehn schon arne... Oh nein! Ich verkackst mir die Granaten voll! Verkackst allgemein! Oh, ich hab hier ein Verreo-Küsschen, weiße Mais... Rrrr... Alex, das war eigentlich Spaß hier, ne? Ey, das kann doch nicht sein! Ich lach ja! Wie viel HP hat denn der? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab gar nichts mehr, um wegzukommen. Nix. Absolut. Null. Zero. Alter, wir meinen wohl merkt, man sieht nur noch den Hut, Alter. Wofür soll ich hingehen? Okay, erstmal rüber. Wann mach ich denn hier? Ich bin voll aufgeschmissen. Da gibt's einfach so'n Hut rum. Echt? Nein! Okay. Oh, warte, warte, warte! Fuck, ey, wir haben... Oh, Mann! Wir haben einen geilen Wind, dann könnte ich vielleicht noch... Ne, kann ich nicht, ne? Ja! Da haben wir... No risk, no fun, Alex. Fuck, erstmal irgendwas Unnötiges machen. Was ist das denn? Auf Nils! Na, warum? Warum denn so, Robert? Warum? Oh mein Gott, nein! Geil! Okay. Geil! Die treffen Alex, die treffen Alex, das ist die Money. Ne? Ne, doch nicht. Maaan... Und der ist unter Wasser! Cooner Zug! Ah, ne, ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwann bin ich da nicht Ich hab nix mehr zu machen, zum hochkommen, zum irgendwas zu machen Einzige Möglichkeit Alter Ich muss irgendwie an Höhe gewinnen Komm, schnell hoch Loll Waaah Loll, er hat wohl ne Seltung ab Fuck, was mach ich denn jetzt? Nicht so Plattformen setzen Bleibt mir ja nix anderes übrig, ne? Alter Äh, wie scheiße du die Setzt Alter Joll, was das denn? Der Norma Null Null Hä? Null Was? Woll Paris Plattform kaufen Ich kann mir was kaufen durch die Münzen Was denn? Mal überlegen Jackpad bringt mir nicht so viel Erstmal Teleporter gekauft Alter Wohin Naja Alter, damit er darauf hängen bleibt Komm, rutsch runter Naja Ja, viel Spaß Arne Oho, ich muss Gut, dass da Münzen waren, ey Alter Arne Müssen wir mich abficken Oder was? Höhöhöhöhö Ohow Scheiße, soll ich nicht machen? Das kann nicht sein! Nein! Du bist der Obernoob vor dem Herrn, echt! Alter, was? Oha, ich nicht! Alter, wo du da sitzt, ey! Fuck! Du bist so low, Alter! Ja! Nein! Nein! Wenn ich jetzt zuerst draußen bin, Alter! Hä, was ist das denn? Nein, der lebt doch! Ja! Alter, schlimmstes Ende ever! Ey, die witzigste Runde ever! Alter, waaah! Lol, was ein Zufall einfach, ey, lol!